Von Treibhauseffekt und Ozonloch Seit Tagen schon starten die Rancher im Tiefland von Zimbabwe Morgen für Morgen mit ihrem Helikopter und Kreisen über der Sabana Sie sind auf der Suche nach Zebras, die hier zu Tausenden leben Doch immer häufiger müssen die Männer mit ansehen, wie die Tiere verenden Man spricht von einer Jahrhundertdürre im südlichen Afrika Noch nie hat es so wenig geregnet, wie in diesem Jahr Und die eigentliche Trockenzeit fängt erst an Jetzt versucht man zu retten, was noch zu retten ist und treibt die Tiere zusammen Für diese Zebras die einzige Chance, in der Dürre zu überleben Zu Herden zusammengepfercht sollen sie umgesiedelt werden An die wenigen Wasserstellen, die es noch gibt Wir hatten bisher einen Niederschlag von 40 Millimetern, insgesamt Und dazu kommt der heißeste Sommer, der jemals registriert wurde Sie sehen, es gibt keine Sommervegetation, da ist nichts, es gibt kein Oberflächenwasser Dazu kommt die Bodenerosion Statistisch gesehen ist das wirklich ein absolut ungewöhnliches Jahr Es ist ein aussichtsloser Kampf für die Farmer Und doch bleibt ihnen keine andere Möglichkeit Ihre Existenz hängt vom Wildbestand ab Und von der Ernte Beides ist in Gefahr So fahren sie Tag für Tag mit ihren Lastwagen nach Norden Dorthin, wo es noch genug Wasser gibt und versuchen das Wild umzusiedeln Vier Länder sind vor der diesjährigen Dürrekatastrophe betroffen Namibia, Botswana, Zimbabwe und Mosambik Dem ärmsten Kontinent der Erde droht eine zweite Sahelzone Diesmal etwas südlicher Um das Überleben einiger Tiere zu sichern, müssen viele getötet werden Auf den Krokodilfarmen geht es zu wie auf dem Schlachthof Wir werden ein Pferd erschießen müssen, um genug Fleisch für unsere Krokodile zu haben Es ist das Pferd eines Farmers Es gibt kaum Fleisch Die Krokodile haben nichts zu fressen Hatten sie selbst auch Probleme mit der Dürre? Ja, natürlich Vor einem Monat gab es am Fluss überhaupt kein Wasser mehr Wir mussten Bohrlöcher geraten Die Situation ist im Moment sehr schwierig Insgesamt mussten wir schon 3000 Krokodile erschießen, um Platz zu schaffen Das große Tiersterben kann niemand mehr aufhalten Man kann nur noch versuchen, den Schaden zu begrenzen Denn es wird nicht die letzte Dürre sein Seit Jahren schon warnen Wissenschaftler vor dem Treibhauseffekt Jährlich werden 20 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre geblasen Das hat die Wirkung eines riesigen Glasdachs Viele Tierarten werden aussterben Und die, die nicht der Dürre zum Opfer fallen, werden von Wilderern erlegt In wenigen Jahren gibt es in Zimbabwe wahrscheinlich kein einziges Nashorn mehr Ihre Hörner sind ein begehrtes Exportgut Zur Potenzsteigerung Man gewinnt Aphrodisiak aus ihm Dagegen zieht jetzt eine Sondereinheit zu Felde Glenn Tatham ist Chef der Anti-Wilderer Einheiten In seiner Cessna fliegt er regelmäßig Kontrollflüge über den Nationalparks des Landes Doch meistens kommt der Wildhüter zu spät Das ist der Schädel eines weiblichen Nashorns Es war vielleicht vier oder fünf Jahre alt Hier können sie das Einschussloch im Kopf sehen Das Horn ist mit einer Axt entfernt worden Das ist das Ergebnis Das Tier wurde mit Sicherheit von einem Wilderer getötet Es war gerade alt genug, um Junge zu bekommen Sie war trächtig und sie haben sie getötet Das ist eine doppelte Tragödie Dieses Weibchen hätte noch 20, 25 Jahre leben und acht Junge bekommen können Das ist das Ergebnis Nur um ein einziges Horn bekommen zu können Paramilitärisch ausgerüstet demonstrieren die Patrouillen Stärke und sind dennoch hilflos Immer mehr Wilderer kommen illegal über die Grenzen des Landes In den riesigen Nationalparks sind sie kaum aufzufinden und machen meistens leichte Beute Umso ausgiebiger feiert man in der Anti-Wilderer-Truppe kleinere Erfolge Ich sah sie da hinten lang gehen Dort hinter dem Busch Den einen konnte ich ganz erkennen Von dem anderen sah ich nur die Beine Aber da waren noch mehr Männer Das konnte ich deutlich hören Als sie an einer freien Stelle waren, habe ich sofort geschossen Zwei wurden getroffen Die anderen konnten entkommen Danach kamen die anderen von unserer Patrouille dazu Und wir haben alle geschossen Seit immer mehr Wilderer ins Land kommen wird scharf geschossen Man gibt die Tiermörder zum Abschuss frei Gefangene werden nur ungern gemacht Insgesamt sind bis jetzt über 150 Wilderer getötet worden Ungefähr halb so viele, etwa 80 wurden gefangen genommen Wir haben aber in der gleichen Zeit Wir haben aber in der gleichen Zeit 1500 Nashörner verloren Die Wasserlöcher wird bereits verendet Die Wasserlöcher ausgetrocknet Gras wächst nicht mehr Tatenlos verfolgen die staatlichen Behörden das Tiersterben Sie können ohnehin nicht eingreifen Überall liegen die Kadaver verdursteter Tiere verstreut Ein gefundenes Fressen, allenfalls für die Geier Als erstes starben die Nilpferde In der glühenden Sonne trocknet ihre Haut schnell aus Am meisten machen uns natürlich die Nilpferde aus Wir haben hier im South East Low Field ohnehin nur eine sehr geringe Population Kaum mehr als 500 Tiere Es ist tragisch sich von einer so kleinen Population trennen zu müssen Vielleicht gibt es aber die Möglichkeit Ein paar Nilpferde an andere Flüsse umzusiedeln Aber das Problem ist, dass sie bereits in einem so schlechten Zustand sind Dass die meisten schon beim Transport sterben werden Auch diese Nilpferde werden schon bald sterben Normalerweise halten sie sich den ganzen Tag über im Wasser auf Die Sonne zerstört ihre Haut Doch der Hunger treibt sie durch die dürre Ebene Glenn Tettem macht sich jetzt auf die Suche nach den Drahtziehern der Wilderer Ein Überlebender der Schießerei im Busch liegt schwer verletzt im Krankenhaus Die Schüsse trafen ihn in beide Beine Er soll jetzt verhört werden und Auskunft über die Hintergründe der Tat geben Sag uns warum du aus Sambia gekommen bist, was wolltest du tun? Ich wollte nach Zimbabwe Was wolltest du tun? Nashörner töten Was wolltest du mit den Nashörnern machen? Wir wollten sie verkaufen Wo? An Senegalesen Für wie viel pro Horn? Naja, ich selber habe noch nie ein Horn verkauft Das können sie mir glauben Aber man bekommt 20.000 Quatsche 20.000 Quatsche Das entspricht 250 D-Mark Die meisten Wilderer kommen aus Sambia Für sie ist es leicht, illegal das unübersichtliche Grenzgebiet zu passieren Und für ein bisschen Geld nehmen sie die Lebensgefahr auf sich Herzlichen Glückwunsch Jungs Ihr habt wieder einmal einen tollen Job gemacht Ihr müsst die Typen erwischen, bevor sie einen Nashorn töten Wenn ihr sie vertreibt oder abknallt, bevor sie ein Tier getötet haben, haben wir gewonnen Guter Job Leute Wer hat die Burschen getroffen? Du weißt das? Gut gemacht Hier habe ich eine Belohnung für dich Das ist von Safe aus Australien Nicht von mir persönlich, das ist ein Geschenk Für jede Auseinandersetzung mit Wilderen bekommt ihr ein T-Shirt Aber diesmal gibt es noch ein zusätzliches Geschenk Eine Uhr Jeder tote Wilderer wird hier als Erfolg gefeiert Man befindet sich im Krieg Klar, das war ein Erfolg Er hat sie gefunden und erwischt Das ist erfolgreich Aber diesmal war es noch mehr Sie haben einen gefangen und einen getötet Die Wilderer hatten ein Nashorn gejagt So ziehen sie weiter in den aussichtslosen Kampf, die Tiere zu retten Angefeuert von ihrem weißen Chef, der sie belohnt Mit T-Shirts und Quarzuhren Angefeuert von T-Shirt Angefeuert von T-Shirt